Köln, Magdeburg, bei Bares für Rares steht eine schlüpfrige Figur zum Verkauf. Doch nicht das Objekt selbst sorgt für Aufsehen, sondern vielmehr sein Besitzer. Denn der hat das Prinzip der Sendung nicht verstanden, es kommt zum Abbruch. Detlef Dauer kam mit einem ganz besonderen Gegenstand unterm Arm in das TV-Studio in den heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln. Der rüstige Rentner will eine erotische Antiquität zu Geld machen. Im Gespräch mit Moderator Horst Lichter, 62, offenbart der Gast aus Magdeburg weitere Details zu dem tanzenden Paar und erklärt unter anderem, die Figur bei einer Auktion erstanden zu haben. Das Pikante, die Skulptur stammt aus einem Beate-Use-Museum. Lediglich 100 Euro musste Dauer für den Kauf auf den Tisch legen. Im Rahmen der ZDF-Show hofft er jetzt auf die maximale Gewinnsteigerung. Mindestens 800 Euro will er für sein Mitbringsel haben, glaubt aber, dass gar 4000 Euro völlig realistisch seien. Sieht Namensvetter und Experte Detlef Kümmel das genauso? Nicht ganz. Der 56-jährige Galerist nimmt das Verkaufsobjekt genau unter die Lupe und taxiert den Wert auf maximal 600 Euro, was auch an einer kleinen Beschädigung liegt. Die Aussicht auf eine Gewinnspanne von 600 Prozent ist dem Verkäufer jedoch zu wenig. Schnell merken Lichter und Kümmel, dass der Rentner rigoros an seiner Preisvorstellung festhält. Auf Verhandlungen hat er keine Lust. Verkäufer ist mit Expertise nicht einverstanden und lehnt Händlerkarte ab. Auch von etwaigen Schrammen will Dauer nichts wissen. Werte sprechen schließlich für sich, so der Magdeburger. Er wolle zu einem späteren Zeitpunkt einen neuen Anlauf versuchen. Unwahrscheinlich, dass dies im ZDF passieren wird. Letztendlich ist es sogar der Studiogast selbst, der die Händlerkarte des Moderators ausschlägt. Offenbar glaubt Dauer nicht daran, dass Walter Waldi-Lenertz, 57, und Co. den von ihm geforderten Preis bezahlen würden. Damit kommt es zum Abbruch und der Rentner muss sein erotisches Tanzpaar aus dem Beate-Use-Museum wieder mit nach Hause nehmen. Zu Beginn der Sendung war er noch felsenfest davon überzeugt, die Figur nicht wieder mitzunehmen. Wer jedoch weder etwas Spielraum für Verhandlungen mitbringt, noch die Expertise respektiert und akzeptiert, dessen Besuch ist im Rahmen der beliebten ZDF-Trödel-Show von vornherein zum Scheitern verurteilt.